Vielleicht zu pfeifen, aber dürfte sich nur auf den verletzten Samaras gekümmert haben, dass Gott seht. Hier, hier ist der Zusammenstoß. Samaras liegt im Vordergrund am Boden. Der Schuss kommt und dann wieder Fehler von Eniama. So gut hat er gehalten, so stark hat er gespielt. Und da sieht es, staubt ab, der Treffer zählt und er zählt zu rechts, denn der immer noch benommen ist.